Advanced Train Lab, so heißt das neue Versuchslabor der Bahnen. Am 10. Februar ist der Diese-ICET in Berlin gewesen. Hier auf dem Weg von Wannsee nach Lichterfelde-West. Lichterfelde-West ist eine S-Bahn-Station an der Wannseebahn. Gegenüber, dem ehemaligen Güterbahnhof, zweigt die Götzbahn ab. Doch bevor es losgeht, muss noch eine Weiche vom Schnee befreit werden. Die Götzbahn ist eine Anschlussstrecke, die ehemals von einigen Gewerben genutzt wurde. Bis 2018 von den Ford-Werken am Teltokanal. Seitdem liegen die Gleise mehr oder weniger brach. Langsam bahnt sich der Zug den Weg durch den Schnee. Die Götzbahn führt entlang des Dahlemer Weges in direkter Nachbarschaft zum Autoverkehr. Einen ICE hat es auf dieser Strecke noch nie gegeben. Die Götzbahn-Werken Untertitelung des ZDF, 2020